Der hat aufgegeben. Ja, ich glaube der ist gar nicht mehr an Bord oder? Oder ist es nicht? Das zeigt er mir gerade. Blup! So, dann kriegen wir die Des Moines. Die Shima hat den Kill noch gekriegt, obwohl ich dem die 7000 weggeschaut habe. Die machen wir jetzt weg, der ist genau so ein Todeskandidat. Der ist finito jetzt gleich. Der fährt ja genau vor meine Gans. Und Schusskowski. What? Ich hab's beendet, alles gut. Wow! Vielleicht sollte ich mal meinen zarten Arsch bewegen. Wie sie so? Ganaton German, danke dir für ein Follow! Also ich muss ganz sagen, bis jetzt verändere ich erstmal gar nichts. Ich werde der Cooler Städte halt nicht einbauen. Ich bin momentan derzeit sehr zufrieden, so wie es ist. Mal gucken wie es ist, wenn ich unter Last stehe. Wenn ich da unter Bedrängnis bin. Aber... Müsst sich fahren, das Ding. Bäm! Moskau. Moskau, 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 Moskau. Hat er ja erst gesungen? Ja, ich wollte es. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, er versucht es gerade, ja. Das ist nicht mehr müde. Ja, das kann man auch immer in den Arm machen, oder? Nein! Erstmal 300.000 war ich jetzt hier an. Musst du aber. Erstmal 300.000 war ich jetzt hier an. Machst du Helene Fischer an? Äh, eigentlich. Äh, ist er eigentlich dieser Teamgiller? Ja. Boom, hat er Boom gemacht. Ah. Haha. Haha, da war... Ja, da war er. Los, Leute. Auf Clip drücken. Hahaha. Oh man, hat er nicht gemacht, ey. Ich kann es selber nicht glauben. Ich muss mal aufpassen, wenn Klinke hier kommt. Ja, ja. Hier, versuchen sie es noch mit Tops. Was ist da mit dem da mit dem? Kriegen wir den da weg, oder was? Ja, ja. Okay, nice. Äh, sieht gut aus für dich. Dann ist noch nochmal ein Ziel. Unimatrix. Jo, kein Problem. Ich hab zwar erst 68.000 auf der Uhr, aber das war ein schöner Hit, grad auf die Eier. So was macht Spaß. Oh man, Klinke nicht gerade, das klingt so krass, hinter dem scheiß Hügel liegen. Ja, die Missouri hier, die geht ja zu hart ins Gebiet. Tagero. Joa, ist das... Ja, das wäre zu. Aber die... Da sind so viele Magnase-Pilmeln da hinten extrem weit hinten rum. Die brauchen... Guck mal, ob du den Cap nehmen kannst bei B schnell. Das war Uschis Aufgabe schon die ganze Zeit. Ja, ja, meinst ja Uschi. Ja, Entschuldigung, hab ich gepennt, Marc. Alter. Alter, beim U, was machst du, oder? Ja, ich hab gedacht, das macht einer von den guten Spielern hier. Ja, von den guten Spielern. Du bist der gute Spieler hier. Gar nicht wahr, Junge, du verliebst. Ich bin tot, Mann. Warum? Feels bad, man. Ja, ich bin tot. Tadu! Ich muss die Cap holen jetzt, Mann. Nee, ich glaub, die Minotaur holen den schon. Kann's easy machen. Ich hab alle Tops abgefangen für euch. Teamplayer und so. Ey, was klingt denn für den Camper? Er hat überhaupt schon ein... Ein... Ein Damage gemacht. Ich glaube nämlich nicht. Trumpini hat Milkman ja genau, Mann. Große Currywurst ist abgebrannt. Oh, Mann. Oh. Oh. Doggy entwickelt sich zum Endkiller, Mann. Oh, das ist secondary, ne? Gehen wir mal hier auf. Thomas den wilden Capper. Capper, Capper. Amsterdam ist auch ein schönes Land. Ja, wo ist doch... Und nicht von Kairo zu sprechen. Bei Kairo, ne? Oh, Mann. Wow, was klingt, ey. Bist du da hinten festgerostet, oder was? Er spielt klein, oder? Ist nicht so meins Mallorca. Er bleibt der Happen bis zum Schluss. Jetzt schenkt er uns erstmal wieder einen Flieger. M-M-M-M-Rotter. Nein, Quatsch. Ok, dann fertig gecapt. Ja, sehr gut. Na gut, Tor. Ey, Schlong. Guter Mann. Hallo. Ah, okay Jetzt wäre eine Smoke nicht schlecht, muss ich ehrlich zugeben Jetzt mich hier eine Smoke reinstellen, wäre schon lässig Was hast du denn anstatt Smoke dabei? Reparatur Ah, okay Wie Reparatur, Heilung oder was? Ja, Heilung, Heilung, Entschuldigung, Heilung Ja, Heilung Ich sag, Reparatur haben sie ja alle dabei Ich nenne das immer Reparatur, keine Ahnung Weiß nicht Also im technischen Sinne hat das ja auch was von der Reparatur Ja Normale Reparatur hat doch jeder Du musst den Klink töten Ja, dann fahr ich da jetzt mal Ja, hinfahren, raus, Tauben, fertig Ich bin zum Mitnehmen Aber siehst du mal, vier sind auf der Gegenseite noch am Leben Drei davon ist Luschenator Ja Haben sie doch gut gemacht Ja Haben sie wirklich gut gemacht Ja An die Insel geklebt Ja An die Insel geklebt und in den Nebel gestellt Die Inselpolis Ja Der oberste Klink ist noch nicht weit in Gefahr bis jetzt Ne Ein bisschen vor, ein bisschen zurück würde ich meinen, oder? Ja Das hat er glaub ich bei mir im Stream gedacht Möglichst wenig Energie zu möglichst viel Erfolg kommen Kann auch ne Taktik sein Funktioniert auch manchmal Wieder zurück Hahaha Au Mehr kann er nicht Ja, der will jetzt Tauben nehmen Ich bin sowieso schon weg Ich war aber nicht wenig, was er da gerade war Hahahaha Dass ich noch was überhaben, ist das schon der Knaller Rutschießen können die nicht, die Jungs Hahahaha Genau Merkman So ist das Und Klausi ist dahinten Uschi, jetzt machst du das mal so und fährst mal links rum Ich hab keine Tauchschmer, alles gut, lass dich machen Wo willst du denn jetzt hin? Ich werd ihn jetzt noch von der von der links abhacken oder abhacken Ich muss halt auffassen auf die Secondary, ne? Das ist jetzt halt gefährlich für mich Er hat sich aber jetzt selber die Möglichkeit genommen auf dich wirken zu können, ne? Das kann nur noch die Hintergrund auf dich wirken, oder? Oh, Heinz ist raus Unser Team hat die Führung übernommen Unser Team hat die Führung übernommen Unser Team hat die Führung übernommen Ärger ihn Ärger ihn Schönes Ding Ja, einfach unter Druck gesetzt, ne? Ich mein The Last Survivor The Last Survivor Uschi Wo muss das sein? Mal gucken E-Ring gegen 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 Randaleboot 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 gewinnt, du hast noch 20 Tickets schießen Ja Ja, hab ich nicht rübergekommen Ich kann schon zu nah, weißt du? Hätt ich am Anfang nicht gedacht, äh Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen Da geht die Jungen Kann man schon nicht rüber, als ich weiter weg war Wie soll ich denn da rüberkommen, wenn ich näher dran bin? Schöne Runde Die Karre schießt doch ganz flach so Du bist ein Frisbee, weißt du? Einen Kuss im Mund nochmal an Butter, ne? War ein schönes Duell am Anfang Kannst gerne wieder kommen Was ist mit meinem Hafen los? Ja, wir haben Butter schön umgelegt, damit er zukommen kann und lernen kann Okay, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Juhu Oh, da will er aber Da will er Da hol ich mein japanisches Edelstück raus Jetzt hab ich das gewonnen Da muss ja die Muss ich ja mal die Monkey spazieren fahren, ne? Also Wenn ich doch wieder die Alabama finde Ich muss doch unbedingt einen eigenen Captain aufhangen Ich hasse dieses hin und her Suchen, Alter Wo ist denn, Mann? Warte, dann hol ich mir mein Edelstück Jetzt fahren wir mal den Zerstörer-Killer Also den Kreuzer-Killer, mein ich Oh Uschi hat gar nichts gekillt Ne, Uschi ist nur im Kreis gefahren Lagoon hat nur Tops gefahren Ja, Dienstag, ne? Nächste Woche, ne? Wurde, zuwurde, zuwurde, zuwurde Wurde, zuwurde, zuwurde Die man kriegen kann Und die Punkte werden Irgendwann im Laufe der Woche dazukommen Ich weiß nicht wann Ich hab's jetzt eingereicht Und um den Rest kümmern sich die Wargaming-Mitarbeiter Mehr kann ich nicht machen Und wann die Punkte bei euch dann da kommen Keine Ahnung Der Doktor Koppa hat grad hier 10 Euro auf Sieg gesetzt Aber wir müssen gewinnen jetzt Ich bin ja überhaupt nicht Käuflich Das ist aber böse Und startet bei uns Koppa mit'n Mecha zusammen, Alter Die fahr'n 110.000er Durchschnitt grade auf der Yami Das wird nicht nett Und ich als einzige Yami wollte mich verarschen, Alter Oh Mann Wohl, fahr' mir W oder C Ich würde gern nach links raus mit euch Okay Das ist nämlich zu gefährlich Wir haben vier Yamatos gegen uns Das ist hart Für mich auf jeden Fall Hmm Solange die Montana nicht gebufft ist Also ist das echt gefährlich Hehehehe Hehehehe Hab gestern bei Hutz auch 150 gewonnen Ja, mehr kannst du jetzt nicht gewinnen, ne? Komag, grüß dich Mehr geht nicht Auch wenn du jetzt anderen Leuten noch Punkte weg würfeln würdest Und du würdest gewinnen Würdest du nicht mehr bekommen Weil Wargaming überweist dir maximal 150 Punkte, ne? Geh' da nicht so nah ran, Roche Ne, ne Also BW fahren alles Ich geh' da auch voll auf safe jetzt Also das ist mit zu link Ein vier Yamatos im Gegenteam Wenn die, die nur zwei davon zusammen fahren, wird schon böse Ja, Rainer, da haben wir doch schon tausendmal drüber gesprochen Im Dingens Ich mag halt gerne eigene Käpt'n haben Äh, du Eik, ich überlese das nicht Wirklich nicht, mein Freund Wirklich nicht Aber ich habe einfach unheimlich gerne Auf meinen Chefen überall gerne einen eigenen Käpt'n Und ich finde das ist doch auch in Ordnung, wenn ich das so haben möchte Deswegen hab' ich das grad nicht vorgelesen Weil da haben wir schon, du weißt, dreimal hier Während wir gefahren sind, diskutiert Aber Eik, ich werd mir trotzdem irgendwann einen eigenen Käpt'n da hochpuschen Weil ich das mag Lieber Eik Oh, ich hab' HE drin Oh mein Gott Hoffentlich hat das keiner gesehen Oh, ich hab' ihn getroffen Huhu Warum brennt denn nicht der Hund Ich bin noch nicht offen Ich versuche noch so weit rüber zu kommen wie möglich Bis ich aufgehe Und dann zieh' ich voll die Spitze in Richtung Schatzschiff Ja, ich bin auch wieder dumm, ne Ich könnte den ganzen Check voll sprem'n Nein, lieber Eik, das mache ich wirklich Nicht, ey Nur ich hab' halt nicht verstanden, warum du das wieder ansprichst Deswegen hab' ich da jetzt nicht drauf geantwortet War aber nicht böse gemeint, wenn du da Weißt doch, Eik, ich hab' dich doch lieb Fushi, killst du jetzt mal was? Nee Dafür bezahlt mich keiner Oh, ich hab' geschossen, ich dreh' mal ein bisschen ein Ich hab' mich ja Hallo gesagt Guck mal wie die Yamatos die Tiere hier abrücken, Alter Können mich mal Können mich mal Wollti könnte interessant werden Ich hab' mich auch mal ein bisschen Ich hab' mich ja Ich hab' mich ja Ich hab' mich auch mal ein bisschen Vielen Dank.